Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Tuneik und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst, außer auf Twitch, da kostet ein Abo Geld und ein Daumen nach oben gibt's hier nicht. So, wir haben jetzt einiges zu tun, denn wir haben ja jetzt dieses Item, mit dem wir uns hier umhangeln können. Damit werden wir, glaube ich, einige Sachen entdecken können, in Gebieten, in denen wir schon waren. Ich glaube aber, hier werden wir nicht viel entdecken, oder? Wir sind, glaube ich, nur strax einen Weg hier hingelatscht zu dem Ding. Das heißt, wir können jetzt kurz teleportieren und dann wieder zum Gebiet davor gehen und dann nochmal schauen, ob wir noch etwas finden können, mit dem Ding. Ai, 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 ai. So, hier kommt auch schon noch, wir können auch vielleicht noch hier oben was finden, mal gucken. Ja gut, wir können hier oben da hin, aber da waren wir schon, offensichtlich. Achso, das ist einfach nur der Kurs, okay, okay, okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Da oben werden wir noch ganz, ganz viel entdecken. Das heute ist wieder ein Part des Entdeckens. Endlich kein Bosskampf mehr. Ich bin so froh. So, das Lustige ist, man sollte, glaube ich, das Gebiet hier auch erst zu vollständig, zu Ende machen, quasi, wenn man das Ding schon hat. Okay, zum Beispiel auch hier drüber. Und dann, wenn hier drüben kommt man wohin, keine Ahnung, wo man hinkommt. Ach, da hinten. Das bringt einem nichts, oder? Ey, warum visiert ihr dieses doofe Ding an? So. Erstmal mal eine ganze Mana verbraucht. Kann man dir das Schild eigentlich wegnehmen? Keine Ahnung. Aber hinter ihm war es ja schon. Hier unten war irgendwie noch eine Insel. Habt ihr das auch gesehen, gerade eben? Aua. Hier unten war irgendwie eine Insel. Die habe ich gesehen. Da. Da unten kann man auch noch hin. Aber wie kommt man da hin? Ah, man kann sehr, sehr weit. Aha. Okay. Aber hier ist nichts. Da unten. Na gut. Dann ist da wohl nix. Ist wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Hm. Hier hinter war was? Einfach nur ein Weg, oder was? Vielleicht ist da noch was versteckt, aber... Das ist immer so schwer zu sagen, ob hier noch irgendwie in Gang ist oder so. Oh. Hm. Okay. Hm. oh mein gott oh mein gott hat einfach das falsche ding anvisiert das anvisieren in diesem spiel ist echt grauenvoll oh mein gott wir müssen den ganzen weg wieder von hier und runterlatschen das dauert jetzt ein bisschen so jetzt respawnen wir hier das hätte man übrigens auch ruhig automatisch machen können ja wer weiß aber so hat man halt ein bisschen mehr kontrolle überspielt schon richtig eigentlich weiß nicht genau warum ich nicht getroffen habe aber gut an den gegner treffe ich dann wenn ich das so machen mit dem schwert stoßen nach vorne aber ihn hier nicht ihn trifft man dabei nicht wenn man ihn mit dem schwert berührt ach come on ich habe keinen bock auf dich was sollen der scheiß kommst du jetzt bitte einfach mal her wie wäre es dann einfach mal mit her kommen ich habe jetzt keine lust meine manne an dir zu verbrauchen weiß das lustige ist als ich das item noch nicht hatte ging es da konnte ich ihn so töten jetzt geht das nicht mehr jetzt ist er immer ganz ganz weit weg wo ich das item habe das ist irgendwie weird da ich habe ihn mit meinem schwert getroffen ich habe ihn durchbohrt aber es zählt nicht er lässt mich halt in ruhe der lässt mich ja eh nicht in ruhe der fliegt mir immer hinterher der lässt mich niemals in ruhe oh mein gott jetzt brauchen wir fünf minuten um so einen doofen vogels okay ich mache so wie du es willst spiel ist gut forse mich zu deiner taktik dieses letzte mal nicht gebraucht habe aber gut dann brauchen wir sie auch diesmal spiel sagt nein bin ein bisschen sauer deswegen ehrlich gesagt verstehe ich warum man nicht einfach normal einfach angreifen kann die auch nicht die kann man auch nicht noch mal angreifen außer man sieht man lockt sich halt in zum tor irgendwie ja und ich bin doch fast tot er kommt jetzt mal hier her okay dann halt nicht dann gehe ich halt ja jetzt kommt er wieder wenn ich nicht durchs turm ist dann kommt er wieder angeflogen es reicht mir jetzt langsam mit den komm her komm her ja wie sie was falsch ist alles gut das anvisieren dem spiel ist echt ein bisschen es tut mir leid für das spiel gerade auch das ist einfach auch ein bisschen pisst bin wegen diesem müll spiel und mich das echt nerven kostet das spiel da kann dieses spiel hat nichts dafür also ein bisschen unfair deswegen muss mich wieder ein ein bisschen beruhigen ein bisschen beruhigen das wäre schön es ist so ein schönes spiel nee da ist der schon okay es ist doch kein schönes spiel ich nehme das zurück keine heilhaltung ist mehr und ich bin heute einfach wirklich schlecht drauf also ich drauf im sinne von gameplay technisch dass ich heute einfach nicht mehr zu was gebrochen bin vom gameplay sieht man ja auch dass das vielleicht stimmt angesichts dessen dass ich hier nichts hinbekomme ich glaube hier in dem gebiet ist echt nichts oder was dass man mit dem mit dem graffling hoch jetzt irgendwie neues entdecken kann dahin war nur das froschding die froschdomäne und hier ist einfach nur so ein paar dinger von denen ich weiß aber dass es verdammt viele orte gab wo wir damit irgendwo rüber konnten und sachen holen konnten und so na gut dann gibt es hier aber glaube ich nichts wenn ich das richtig sehe na gut dann war das jetzt alles unnötig hier was ein bisschen traurig ist dass ich diesen ganzen weg gelatscht bin hier überall alles geschaut habe umsonst vermeintlich ich weiß nicht oben rechts aber als ob da jetzt was großartiges ist so dann teleportieren wir uns mal wir müssen definitiv an viele orte übrigens hätten wir gerade mal so ein wir müssen echt an verdammt viele orte wir müssen hier überall rumlaufen hier auch noch überall was liegen könnte hier kann man zum beispiel rüber aber gut das bringt jetzt eigentlich so viel dass man darüber kann weil doch um runter zu gehen an den strand wenn man das möchte ja ich sollte eigentlich mal kurz an das heil ding wieder gehen ne und damit ich heilung kriege vielleicht ein bisschen ach was wir auch machen können ach nee das können wir nicht holen dann müssen wir ja noch irgendwann eine fähigkeit bekommen mit dem wir das ding bekommen oder wir müssen irgendwie das wasser ablassen oder oder hochsteigen lassen oder was auch immer das ist eigentlich mit diesen dingern da kann man nichts machen an diesen türen das hat irgendwas mit rätseln zu tun oder so ok aber hier kommen wir zum beispiel da guck mal da kommen wir rüber ja und ist was kleines drin nein gut damit rechne ich jetzt schon dass die meisten tun die wir jetzt öffnen werden dass da nichts besonderes drin ist ok das war nur so ein laden der jetzt mittlerweile leer ist genau das hatten wir auch schon hier hingeguckt ob dahinter was ist ja na bestimmt ja da ist nichts bam 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 so ok wer ist down aber jetzt kommen wir zu den typen hier drüben hin ok wer ist down aber jetzt kommen wir zu den typen hier drüben hin was machen wir mit dem jetzt tja das ist das problem ok es hat tatsächlich funktioniert was ich da getan habe aber wir hätten auch einfach neben vorbei gekonnt sehe ich gerade naja gut ok 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 so können wir das gleich hier öffnen oder was ok wir sind am anderen gebiet es kann auch sein dass das der weg ist wo wir her gehen sollten ne das kann schon sein dass wir jetzt im richtigen gebiet sind gleich glaub ichIGH irgend nicht daran dass das hier ein geheimnis ist, wenn ich klein bin Denke eher daran, dass wir... Ja, ja, das hier ist ja checkt, dass du das richtige Item hast. Weil du sonst nicht weiterkommst vermutlich. Naja. So wird es sein. Ich hoffe, hier ist ein Teleporter gleich. Sieht aber sehr, sehr schön aus, das Spiel hier. Also, das sieht gerade sehr, sehr hübsch aus. Das alles. Ich nehme an, man kann nicht über diese Fläche da vorne gehen. Über die Brücke. Wenn man das nicht hinterlässt. Und da nicht Power drauf ist. Oh mein Gott. Was hört jetzt nach hinten los? So schnell weg. Und was passiert da hinten? Der Steinbruch. Direkt ein Teleporter. Guck mal, das Ding ist aufgegangen da drüben. Interessant. Wir können ja erstmal direkt den Teleporter aktivieren. Aber ist das nicht dieser Ort hier gewesen? Dieser Maschinenraum oder sowas? Oder da war das so eine Tür, oder nicht? Ist die jetzt auch offen? Nee, hier war das nicht. Aber Was, Gewürbe? War hier nicht auch noch Sachen, die ich entdecken konnte? Ich glaube schon. Lassen wir erstmal ganz kurz hier umgucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt tolle Items verpassen. Irgendwelche Items, die uns das Leben erhöhen. Oder Attacke und Angriff und sowas erhöhen. Nee, ich hasse euch so sehr. Lasst mich da einfach in Ruhe. Ich habe hier oben auch noch einen Weg. Habe ich den, bin ich den gegangen? Ich glaube schon. Ist das der Ort, wo es herkam? Nee, war es hier schon mal? Ah, war es. Okay. Definitiv war es da schon. Okay. Okay. Ich meine, diese ganzen versteckten Sachen waren eher so in dem Gebiet hier rum. Hier ist auch wieder so ein Ding. Gibt es hier auch ein anderes Ding davon? Nee, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass wir noch irgendwelche Truhen hatten, zu denen wir nicht hin konnten. Aber ich frage mich halt, ob da was Gutes drin ist. Also es kann natürlich sein, dass das alles wieder nur Währung ist. Das war natürlich jetzt nicht so pralle, wenn ich ehrlich bin. Hier ist auch ein Händler. Habe ich den schon mal gefunden gehabt? Hat er jetzt mehr Sachen im Angebot, weil ich ihn jetzt hier gefunden habe? Nee. Schade. Wir haben auch fast genug für die linkste Flasche, übrigens. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Aber war nicht hier auch noch ein anderer? Ach, das ist der Wald. Das ist nicht das Gebiet, was ich gerade dachte. Das ist das Waldgebiet, aber gab es im Waldgebiet noch Orte, wo man das Ding nutzen könnte? Ich glaube, fast nicht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich noch Münzen? Nee, habe ich nicht. Uff. Ja, dann müssen wir uns, glaube ich, wieder teleportieren. Ich glaube, viel war hier nicht. Also ziemlich im Ostgewölbe, wenn nicht. Ach komm, weißt du was? Wir gehen einfach ins nächste Gebiet erstmal. Wir können ja später nochmal gucken. Wir gehen jetzt einfach in das Gebiet rein. Das ist aber lustig. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Teleporter hier außer einen. Immerhin. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich ahne, es schlimm ist. Aber sehen wir mal. Wow. Okay. Ist das einfach nur Zeitloop, oder ist das... Oh mein Gott, machen die viel Schaden? Alter, warum machen die so viel Schaden? Die hauen ja richtig rein mit ihrem Schaden. Das nimmt mir mein Leben weg. Mein maximales Leben. Ich bin der hier aber tot. Ich habe jetzt 1 HP maximales Leben. Ich hoffe, das kriege ich jetzt wieder, wenn ich jetzt hier dran gehe. Ja. Aber alle Gegner sind wieder da. Oh mein Gott. Okay, die hätte ich vorhin gebrauchen können. Alter Schwede, das ist nicht schön, was sich da da passiert. Alter, Schaden plus, immerhin, aber... Dieses Gebiet ist purer, purer Hass, ganz ehrlich. Also dieses Gebiet ist wirklich purer Hass. Ich weiß nicht genau, wie ich hier durchkommen soll. Fernangriffe vielleicht, aber es wirkt halt auch nicht unendlich lang. chillt. Es ist halt ein richtig nerviges immerhin herwechseln mit dem Fokus. Und ich darf auch nicht... Das Problem ist halt, mein maximales Leben sinkt die ganze Zeit in diesem Gebiet. Und ich habe halt nicht unendlich viel, äh, Mana. Was es auch nicht einfacher macht, durch das Gebiet zu kommen. Wie kommt man denn da runter? Das ist nur ein Weg drumherum, okay, aber wir kommen mal ganz runter. Irgendwo da hinten vielleicht. Aha, hier hinten. Aber das ist nicht der Weg, wo ich langen wollte, wenn ich ehrlich bin. Hier ist ein anderer Weg, aber das ist nicht der Weg, den ich gehen wollte. Oh mein Gott. Ich brauche auch eine Fähigkeit, um das zu verhindern. Oder irgendwas muss ich hier reparieren oder so. Irgendwas muss ich machen, um diesen Lebensabzug zu verhindern, weil das ist ja echt ganz schrecklich. Es ist ja wirklich grauenvoll. Und ich brauche ein neues Mana. Ich kann das, ein bisschen kann ich das auffüllen, aber ist auch nicht so geil. Egal, mit Mana zu kämpfen. Da oben ist eine ganz kleine Truhe, die ist wohl ganz, ganz weit oben. Okay. So, einmal heilen. Ja gut, jetzt habe ich kein Mana mehr. Ich weiß nicht, ob diese Dinger hier vielleicht, ist ja ja Mana. Also, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. War es halt nicht. Okay. Das Hauptding habe ich glaube ich schon erledigt jetzt hier, den Haupt. Ja, wobei, da kommen wir schon noch ganz, ganz schlimme Dinge jetzt, aber hat zumindest schon mal gutes Stück erledigt. Vielleicht können wir irgendwie eine Abkürzung freischalten. Das wäre, das wäre wunderbar. Okay, zwei Heildinger. Ah, das ist die Treppe nach da unten, glaube ich, wo ich hin wollte. Oder ist das einfach nur, ah ne, das ist hier hin. Da kann er noch weiter runter, bestimmt. Ah ne. Ich weiß nicht genau, was die Items machen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, war das die Ausdauer auffüllen oder sowas oder maximal Ausdauer kurzfristig erhöhen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Wenigstens ist der Typ tot. Warum war ich da unten eigentlich nicht in dem Raum? Muss ich nicht verstehen, oder? Warum ich das nicht gemacht habe? Warum ich so dumm war? Da ist noch eine Tue unten in dem Raum, deswegen. Warten, ist hier noch irgendwie was? Außer der Hinterhalt? Nö. Offensichtlich nicht. Aber hier ist die Treppe vielleicht nach unten, wo ich hin wollte. Ah ne, ist die Treppe nach oben. Natürlich. Aber hier ist eine Abkürzung, kann das sein? Ah, die Leiter da rechts. Ich glaube, die geht jetzt, ist das die Leiter hier? Ja. Oha. Das ist schön, dass wir eine Schnappkürzung haben. Das freut mich sehr. Maximal ist Leben schon so krass gesenkt mittlerweile. Ich könnte schon ein bisschen heulen. Das ganze schöne maximale Leben. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil ich nur noch, habe ich noch einen dritten Schuss. Okay, das hat wenigstens funktioniert. Oh mein Gott, da muss ich erst mal was tun. was du kannst, was du kannst, das kann ich schon lange, mein Freund. Das Problem ist, jetzt habe ich noch, oh mein Gott, ich habe so wenig Leben. Das ist nicht schön. Wie gerne ich dieses Ding hier freischalten würde. Anvisieren kann man es nicht, leider. Und da drin kommen, glaube ich, ganz, ganz schlimme Dinge hier in dem Raum. Da möchte ich, glaube ich, nicht reingehen. Wir können auch die Leiter hier hoch, aber ich glaube, das wird uns auch nicht so schön, ich weiß nicht, das wird auch nicht schön da oben, glaube ich. Eine Truhe ist da auf jeden Fall. Und bestimmt wird uns auch wieder ein bisschen maximales Leben gleich abgezogen. Okay, eine Münze, die ist immer gut. Also gut ist die jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist, weil was bringt uns die Münze? Ein Talismanplatz mehr, von dem ich keine Ahnung, was er bringt. Das bringt er uns auf jeden Fall. Mein Problem ist jetzt einfach, wie kommt man an dieses schöne Ding hier drin? Das wäre so schön, wenn ich das hätte, aber vielleicht, vielleicht beten einfach davor, einfach beten, dass alles irgendwie heile geht. Nee. Leider nicht. Leider geht das nicht. Na gut, das wird nicht schön hier drin, glaube ich. Das Kloster. Ich sage schon, das wird nicht schön. Direkt wieder Steine, die mir das maximale Leben abziehen. und tot. Ich werde mit der One-Shot, mit so wenig Leben. Das ist halt schon echt übel. Muss man einfach sagen, wie es ist. die ziehen wir ja auch ohne Dings, also die ziehen wir einfach so auch schon krass viel Leben ab. Ich habe gar kein Heil-Item mehr für die Manna. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe das nicht verletzt, das ist das eine Angelegenheit. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist dann ein bisschen blöd. Das ist doch nicht blöd. Das ist ja auch nicht. Das ist, das ist mir relativ egal wenn ich ehrlich bin eigentlich möchte ich nur zu der leiter aber das wird halt nix der leiter das das wird nix natürlich trifft er mich auch wenn ich perfekt ausweiche perfekte rollermacher trifft er mich oh mein gott das ist ein krasses durchlaufen hier oh mein gott warum hat er das er hat das einfach gegner anderen gegner anvisiert einfach so oder dass ich was gedrückt habe super ich liebe es habe ich ja kein leben mehr okay das war's ich komme da nicht weiter okay ich muss das schild nutzen das war es glaube ich das habe ich vorhin schon mal gesagt kurz also es hat echt das kannst du dich mit dem rücken machen das schild am rücken kann man kein schild festhalten so das geht halt schwerlich oh mein gott und down ich verliere gerade alle meine punkte das ist unfassbar dieses gebiet ist grauenvoll dieses gebiet ist wirklich pest es ist bleibt es ist bei town in dem spiel ja so 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 Rettobelt verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.